Selbstfahrende Autos, autonomes Fahren, das ist wirklich eins von den ganz großen Zukunftsthemen für IT-Unternehmen, für Autokonzerne. Und es gibt ein großes Unternehmen aus China, das könnte da eine sehr wichtige Rolle spielen in Zukunft beim autonomen Fahren. Und zwar Baidu, Chinas Google, einer der ganz großen IT-Konzerne in China und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Baidu, Baidu kennen Sie wahrscheinlich schon, Baidu ist börsennotiert und Baidu ist in China einer der ganz großen Konzerne. Und bei uns nennt man Baidu gerne Chinas Google, Baidu betreibt nämlich in China die wichtigste Internetsuchmaschine. Und der Marktanteil von Baidu bei Internetsuche in China, der liegt ungefähr bei 80%. Und wo sich die beiden Unternehmen auch noch ähnlich sind, es ist bei Baidu genauso wie bei Google, dass Baidu massiv investiert in Zukunftstechnologie. Also zum Beispiel künstliche Intelligenz und solche Dinge. Baidu ist da mit Sicherheit eins der führenden Unternehmen in China, wenn es nicht sogar das führende Unternehmen ist. Baidu investiert da Milliarden in Forschung und in viele neue Anwendungen. Im Mai habe ich zum letzten Mal ein Video hier gemacht zu Baidu und da habe ich sehr ausführlich erwähnt, dass es bei Baidu im Kerngeschäft leider nicht besonders gut läuft. Die Internetsuche, das ist das, womit Baidu immer noch das meiste Geld verdient, das wächst leider nicht mehr. Die Internetnutzer in China treiben sich jetzt woanders rum, auf anderen Portalen, anderen Apps, chatten auch vielleicht nur. Und die neuen Geschäftsmodelle, die Baidu hat, die bringen momentan noch nicht viel. Die kosten vor allem sehr viel Geld. Bei den letzten Quartalszahlen hat man das eben auch wieder gemerkt, dass es so ist. Also der Umsatz ist nur noch um 1% gestiegen im letzten Quartal zum Vorjahr. Und der Gewinn, der ist eingebrochen um 62%. Und so sieht der Aktienkurs aus auf 5 Jahre. Es macht sich natürlich alles schon eine Weile bemerkbar, das Problem. Nach den Zahlen ist die Aktie übrigens sogar kurz gestiegen, weil die Markterwartungen sind noch schlechter gewesen im Vorfeld. Und der Börsenwert von Baidu, der ist jetzt noch bei 35 Milliarden Dollar. Und das ist für einen Konzern, der so eine Bedeutung hat, nicht besonders viel. Aber der Gewinn schrumpft natürlich spürbar und es ist eine Aktie, die am Markt gemieden wird. Baidu, Alibaba, Tencent, diese ganzen chinesischen Internetriesen. Ich behandle die hier regelmäßig, wie Sie vielleicht wissen. Und natürlich auch andere Aktien aus China und aus anderen Schwellenländern auch. Also schauen Sie sich mal um hier bei den älteren Videos, die ich gemacht habe. Aber schauen Sie sich natürlich auch die neuen Videos an in Zukunft. Am besten Kanal abonnieren. Und wenn Sie sich anmelden hier, dann auch am besten gleich die Glocke drücken. Dann kriegen Sie Bescheid, wenn die neuen Videos jeweils da sind. Und das ist natürlich immer am besten, wenn man die Beiträge dann sieht, wenn sie ganz aktuell sind und taufrisch rausgekommen sind. Melden Sie sich an bei Zukunftsmärkte, würde mich sehr freuen. So, was ich auch schon erwähnt habe bei Baidu in früheren Videos. Also trotz aller Probleme, die Baidu natürlich hat, hat Baidu auch wirklich Assets. Baidu hat Bereiche, die in Zukunft schon sehr interessant sein könnten. Und eins davon, das ich eben sehr spannend finde, das ist die Apollo-Plattform. Die Apollo-Plattform für selbstfahrende Autos. Baidu arbeitet da seit Jahren dran mit einem Riesenaufwand und hat das immer weiterentwickelt auch. Worum geht es da? Ja, also der Anspruch ist der, Apollo ist die Plattform für selbstfahrende Autos. Das Herzstück von der Softwareseite her. Das Betriebssystem sozusagen. Also Apollo soll mehr oder weniger das Android für selbstfahrende Autos werden. So wie es bei den Smartphones ist, wenn sie nicht von Apple sind, dann laufen sie meistens auf dem Android-Betriebssystem, ganz unabhängig vom Hersteller. Und bei Autos soll es dann eben auch so werden. Also das Auto ist dann die Hardware und das Betriebssystem ist Apollo. Und dadurch kann dann jedes Auto ganz schnell zum selbstfahrenden Auto werden, wenn es die entsprechende Ausrüstung hat. Dann natürlich also Kameras oder LiDAR-Systeme und die ganzen Sensoren. Also was so ein Auto dann eben braucht, wenn es selbst fahren soll. Und dann wird daraus dank Apollo ein selbstfahrendes Auto. Und zwar innerhalb von 48 Stunden, sagt Baidu. Den ganzen Rest macht dann sozusagen das System. Die ganzen Daten und die ganzen Karten und die Verrechnung von diesen Signalen, die da kommen, jede Sekunde aus den Sensoren. Und die Verarbeitung von dem, weil dadurch entscheidet sich dann ja, was das Auto wirklich macht. Das Auto muss ja wirklich tatsächlich sozusagen selbst entscheiden. Also in Kombination natürlich mit der ganzen künstlichen Intelligenz, wo dann schon die ganzen Erfahrungen da sind aus ganz vielen anderen Autosituationen. Das spielt da alles zusammen und das macht letztlich Apollo. Und Apollo ist ein offenes System dann, ein Open Source System. Und das ist natürlich für die Autohersteller hochinteressant, gerade wenn es kleinere Hersteller sind, weil die können sich diesen ganzen Wahnsinn, diesen Entwicklungswahnsinn und diese Erprobung und so, das dann nämlich sparen. Und damit hat Baidu auch eine ganz andere Strategie als zum Beispiel jetzt Google oder Apple. Die investieren auch massiv ins autonome Fahren, aber Google hat ja zum Beispiel eigene Fahrzeuge. Google kooperiert auch mit anderen Fahrzeugherstellern, aber natürlich nicht auf einer Basis von einer Plattform, die offen ist und für jeden zugänglich. Aber Baidu, Baidu will das so machen. Ich muss zu dem ganzen Thema natürlich eins sagen. Autonomes Fahren, da ist immer viel Zukunftsmusik dabei, muss man bedenken als Anleger. Es ist auch nicht so leicht, das alles zu recherchieren und ich bin ja jetzt auch kein Informatiker oder Autotechniker oder bin da auch nicht besonders involviert. Mir geht es jetzt darum, bei dieser Sache, ich will einfach darstellen, was man so weiß jetzt schon über die Plattform und was die Strategie ist und wie sich es entwickeln könnte. Das ist ein weites Feld, das weiß ich, uns passiert viel, das wir nicht wissen heute und da ist natürlich auch noch viel offen. Aber was wissen wir schon mal über Apollo? Baidu ist nicht der einzige, der einzige Unternehmen, das sowas entwickelt in China. Es gibt Pony AI, dann gibt es Tew Simple im Lastwagenbereich. Die sind aber deutlich kleiner, die beiden Konkurrenten. Baidu arbeitet mit der Regierung zusammen und mit Forschungseinrichtungen in China. Es geht um Daten bei der ganzen Sache, das ist sensibel in China. Das heißt auch für ausländische Wettbewerber wird es in dem Bereich schwer wahrscheinlich. Dann, Baidu ist sehr weit. Baidu hat die meisten Fahrtkilometer in China mit Abstand und die muss man ja haben, wenn man solche Systeme erprobt. Und Apollo hat sehr viele Partner mittlerweile. Das ist ganz klar, die drängen da natürlich alle in den Markt. Also Daimler, BMW, Volkswagen natürlich, die sind da dabei. Ford, Volvo, Geely. Es sind von den großen Autokonzernen eigentlich fast alle dabei. Dann bei den IT-Konzernen, da haben wir Microsoft ist dabei, Intel, Nvidia, dann viele Autozulieferer und insgesamt haben wir jetzt 130 Partner. Die tun sich jetzt nicht ausschließlich mit Baidu zusammen, aber es sind 130 Partner jetzt dabei bei der Plattform. Und es gibt 12.000 Entwickler unabhängig von Baidu, die mit Apollo arbeiten mittlerweile. Und je mehr das werden, umso besser ist das natürlich. Die bringen ja ihre Wünsche mit rein und passen das auf ihre Technik auch an, die sie haben. Und je mehr das machen, desto wichtiger wird Apollo natürlich. Das aktuelle Projekt ist 100 autonom fahrende Taxis. Das ist ein Pilotprojekt. Die werden jetzt gebaut von F.A.W., großer chinesischer Autobauer, auch China-Partner von Volkswagen übrigens. Und Baidu sagt außerdem, nächstes Jahr, da ist das System dann soweit, da hätte man dann bereits voll autonome Fahrzeuge auf Level 5. Ob die dann schon auf die Straße dürfen in China, das ist was ganz anderes. Aber man wäre soweit 2020. Also laut Auskunft von Baidu zumindest. Wie gut ist Apollo im Vergleich? Die meisten Tests sind in China. Da haben wir nicht so die Informationen drüber, aber es gibt Daten von Tests aus Kalifornien. Baidu hat im Silicon Valley auch eine große Niederlassung. Da testen die auch. Und da testen ja fast alle, weil man da auch viel darf. Und da über diese Tests gibt es Daten. Es gibt zumindest mal die sogenannten Disengagement-Daten. Das heißt, wie viel Kilometer schafft das selbstfahrende Auto, ohne dass der menschliche Fahrer, der Testfahrer eingreifen muss. Und da sind die Unterschiede sehr groß. Ganz oben steht Google mit Waymo. Da sind die Fahrzeuge im Schnitt gefahren 17.900 Kilometer im Durchschnitt, ohne dass jemand eingegriffen hat. Sehr gut sind auch Apple und General Motors. General Motors hat 8.000 Kilometer und Apple 3.000 Kilometer im Durchschnitt, ohne Disengagement. Das waren die drei besten letztes Jahr in dieser Statistik. Baidu deutlich hinten dran. Die Autos von Baidu sind im Schnitt 332 Kilometer gefahren, ohne Eingriff. Das ist natürlich ein Riesenunterschied noch. Aber sie sind damit trotzdem nicht schlecht, wenn man sie zum Beispiel mal mit den Autokonzernen vergleicht. Bei denen war es nämlich so, bei BMW war es im Durchschnitt nur 8 Kilometer, bei Toyota 5 Kilometer und bei Mercedes sogar nur 2 Kilometer. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil man erfährt aus dieser Statistik nur, wie viele Unterbrechungen das jetzt waren. Man weiß nicht, was für Unterbrechungen. Und es kann natürlich schon sein, dass der eine nur Autobahn fährt, was ganz einfach ist, und der andere voll im Stadtverkehr. Und man weiß ja auch nicht, wie sind die Tester da vorgegangen und was ist es denen da gegangen und wie vorsichtig sind die. Aber trotzdem, Baidu steht eigentlich mit diesen 330 Kilometern ohne Eingriff nicht so schlecht da und hat damit außerdem schon einen großen Sprung gemacht gegenüber 2017. Da waren es nämlich nur 66 Kilometer im Durchschnitt ohne Eingriff. Aber was auch klar ist, der Abstand zu Google ist sehr groß und viele sagen, das ist jetzt noch ein Rückstand von 3 bis 4 Jahren. Kann Baidu den aufholen? Ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wer zur Zeit der Beste ist. Wichtig ist für Baidu vor allem, sie müssen es in China schaffen. Da müssen sie Apollo auf die Straße bringen. China ist der größte Automarkt der Welt, obwohl er gerade schrumpft. Aber es sind trotzdem letztes Jahr 28 Millionen Neuwagen verkauft worden. Das ist also ein eminent wichtiger Markt und ich glaube eigentlich auch, dass es da relativ wahrscheinlich ist, dass da Baidu eine große Rolle spielen wird. Vielleicht nicht mit jedem Hersteller und nicht in jedem Auto, aber in vielen. Weil Baidu ist in China gut verzahnt und Baidu hat da natürlich was zu bieten. Wie ist es außerhalb von China? Ist Apollo ein Exportschlager am Ende noch? Setzt sich es weltweit durch? Das hätte Baidu natürlich gerne. Das ist schon die Vision. Es ist nicht komplett abwegig, würde ich sagen. Also es gibt zum Beispiel in den USA einen kleinen Hersteller, Udelph. Die wollen jetzt selbstfahrende Lieferfahrzeuge bieten. Die machen das jetzt mit der Apollo-Plattform. Das bietet sich bei so einem kleinen Spezialentwickler natürlich an. Was die großen Autobauer betrifft, die integrieren sich ja in China sehr wahrscheinlich in die Plattform. Vielleicht hat das international dann auch eine Auswirkung. Das weiß ich aber nicht. Ich bin da auch nicht drin. Ich kann mir nur vorstellen, also leicht wird das nicht, dass da Baidu im Ausland auch zum Einsatz kommt. Und wie gesagt, es geht da um Daten. Die Autokonzerne wollen die Daten sehr wahrscheinlich selber verwerten und selber den Zugriff darauf haben. Da wird es auch immer Kämpfe geben. Das wird nicht so einfach sein. Und die Regierungen im Westen, davon mal abgesehen, die sind dann wahrscheinlich auch nicht glücklich, wenn die ganzen Daten aus dem Autoverkehr dann über einen chinesischen Anbieter laufen. Aber eine ganz wichtige Frage für die Aktionäre ist natürlich dieser ganze Aufwand da mit Apollo. Lohnt sich das für Baidu irgendwann mal? Da vermute ich, ja, dass es sich wahrscheinlich eines Tages schon lohnen wird, so wie sich Android für Google ja auch lohnt. Das ist dann einfach eines Tages idealerweise die Position, die Baidu dann beim autonomen Fahren haben würde. Es ist ein riesiger Marktpotenzial und Baidu wäre mittendrin und das ist eine Position, die kann man nutzen. Und es ist ein großes, interessantes Geschäft. Ich glaube aber auch, dass das alles noch lange dauern wird. Etliche Jahre, das ist Zukunftsmusik. Und das müssen natürlich die Aktionäre erstmal durchhalten auch. Wie gesagt, wir dürfen eins nicht vergessen, das Ganze kostet sehr viel Geld, bis Baidu diese angestrebte Position da wirklich hätte. Und wir wissen ja auch nicht wirklich, wie wird das alles noch werden. Es zeichnet sich das eine oder andere ab bei den selbstfahrenden Autos, aber es kann ja auch immer alles ganz anders kommen. Und bis das alles klar ist, so lange wird die Börse diese Apollo-Plattform wahrscheinlich nicht würdigen, die Baidu da hat. So wie sie es jetzt ja auch nicht tut. Also die Aktie ist natürlich nicht jedermanns Sache, nachvollziehbarerweise momentan. Aber ich würde trotzdem sagen, lassen Sie uns das trotzdem beobachten. Baidu ist an der Börse nicht mehr teuer. Und meiner Meinung nach, die Apollo-Plattform, das kann durchaus was werden mit ein bisschen Glück. Und einige andere Sachen auch, die Baidu gerade in der Pipeline hat. Und wenn das dann so kommt, dann hätten wir eines Tages mit Sicherheit auch wieder eine höhere Bewertung. Soviel dazu. Und nächste Woche, da bleiben wir im Autosektor. Da geht es dann um die ganz große, große Frage nach dem Antrieb der Zukunft. Elektroauto oder Wasserstoff? Ist für Anleger natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und auf der anderen Seite, die Thematik ist auch hoch umstritten. Ich werde da meine Sicht der Dinge darstellen nächste Woche. Und werde versuchen, mal rauszuarbeiten, was da kommen könnte beim Antrieb der Zukunft. Und dann muss ich Sie unbedingt noch erinnern an den Zukunftsmarkt-Report natürlich. Der geht diese Woche raus und zwar morgen schon. Wie gesagt, wie angekündigt, mit chinesischen Touristik-Aktien. Der Zukunftsmarkt-Report, der kommt von uns. Der ist gratis. Der erscheint regelmäßig. Und wenn Sie den noch nicht kriegen, dann melden Sie sich an auf www.zukunfts-märkte.de. Und das am besten gleich, weil morgen geht da ja schon raus, die Ausgabe mit den Touristik-Aktien aus China. Ja, Tourismus ist in China ein sehr interessanter Markt. Er wächst nämlich stark. Und so wie es aussieht, ist er auch relativ konjunkturresistent momentan. Das Wachstum im ersten Jahr im Sektor war plus 13,5%. Und der Anmeldelink für die Zukunfts-Märkte-Reports, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Dann freue ich mich auf Sie wieder bis nächste Woche. Bis dahin alles Gute und natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen.